Super Kinder! Heute machen wir jetzt eine richtige Training für Aufdauer. Mein Name ist Jessica, der Name meiner Assistentin Vini und Ele, wo wir uns die Übung machen. Wir haben fünf Übungen, das ist Sprint mit den Knie hoch, Springen auf Platz, Kicken, Ampelmann und Sprint. Seid ihr bereit? Wir beginnen mit Knie oben. Super schön! Schön mit den Beinen ziehen, schön gerade bleiben, super! Dann haben wir noch neun. Ganz gut! Ele, du kommst neben uns! Super gemacht! Noch vier, drei, zwei, eins und schön einatmen. Du kannst auch ein bisschen mehr neben mir kommen. Jetzt haben wir Springen, also Springen auf Platz. Schön mit den Füßen abspringen, ok? Dann haben wir noch ein bisschen zum Atmen. Dann fünf. Beginnen wir! Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins und los! Nur so schön springen! Mit den Füßen schon gut mit den Füßen! Super, Ele! Ganz gut, Vini! Bravo! Super schön nach oben! Sprungkraft schön üben! Jawohl! Super! Und noch fünf Sekunden! Schafft ihr noch? Jawohl! Drei, zwei, und geschafft! Bravo! Nächste Übung sind wir Kick! Ok? Richtig schön kicken und wechseln! Einatmen, es geht! Gut! Dann sind wir noch fünf Sekunden. Beginnen wir! Schön die Hände, tanzen wir fest, schön falten und wir gehen los! Kick! Kick! Schön Kick! Jawohl! Schön oben bleiben und mit den Händen so! Jawohl! Kick! Schön fest! Hopp! Super! Bravo, Ele! Bisschen mehr aktiv! Jetzt auch! Genau! 3, 4, 3, 2, 1 und Pause! Dann haben wir noch Ampelmann! Das kennt ihr, oder? Ampel! Genau! Dann können wir schön einatmen! Wir haben noch zehn Sekunden Pause zum Locker! Schön einatmen! 5 Sekunden starten wir wieder! Bereit! 3, 2, 1 und schön! Bravo! Schön gestreckte Hände! Super koordiniert! Bravo Kinder! Schön einatmen und ausatmen! Das ist bereits streng! Super! 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 Ganz gut! Letzte 3 Sekunden! 2, 1 und Pause! Und jetzt am Schluss haben wir noch den Sprint! Ok? Schnell rennen und Pause! Schnell rennen und Pause! So! So! Einatmen! Pause atmen! Bereit auf den Platz! Wie am Wettkampf bereits! 3, 2, 1 und! Langsam und schnell! Schneller! Genau so schnell! Und jetzt schon langsam! Und noch schnell! Schnell auf den Platz! Schön nach vorne schauen! Super! Noch schnell! Und ein bisschen langsam! Und letzte 5 Sekunden Vollgas! Vollgas! Super! Bravo Kinder! Noch schnell! Und am Ziel geschafft! Bravo! Super! Super! Super Kinder! Ihr könnt andere Übungen bei Nacht mit uns trainieren! Wir sehen uns im nächsten Video! Wir sehen uns beim nächsten Mal!